Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von U-Trading. Ja, solche Nachrichten hier liest keiner von uns gerne, es sei denn, man hat sich entsprechend Short positioniert im Vorwege. Schwarzer Tag an den Börsen, DAX bricht ein, Dow Jones sackt weg. Aber warum kommt es eigentlich regelmäßig immer wieder zu massiven Kursbewegungen, ob nun Long oder Short, woran liegt das eigentlich? Und insbesondere Anfänger haben hier regelmäßig große Fragezeichen im Gesicht, warum verhält sich die Börse nun so und eigentlich nicht so, wie sie ihrer Meinung nach sollte. Zum Beispiel, die Wirtschaftsmeldungen sind durchweg positiv, man positioniert sich im DAX Long, doch der deutsche Light Index rutscht ins Minus. Oder ein anderes Beispiel, es werden sehr gute Quartalszahlen verkündet, aber der Aktienkurs fällt trotzdem. Oder die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA ist gesunken, dennoch fällt der Dow Jones tief ins Minus. Und was wir wahrscheinlich auch alle immer wieder beobachten und was wir auch alle kennen ist, gestern sind die Börsen weltweit gestiegen, heute jedoch sieht man überall rote Vorzeichen. Gestern war irgendwie alles super und heute liest man von Warnungen hier und von Problemen da. Und eigentlich weiß jeder Mensch, das ist nichts Neues, das hätte man eigentlich auch schon gestern auf der Agenda haben können, das wusste jeder. Aber gestern hat es irgendwie keinen interessiert und heute ist es das große Thema. Und alles sieht wieder schwarz eingefärbt aus. Gestern war die Welt noch rosa-rote Brille, heute ist alles negativ. Oftmals ist es so, dass es an den Börsen ein ständiges Auf und Ab gibt, den einen Tag so, den anderen Tag wieder genau entgegengesetzt. Und keiner weiß eigentlich so genau, woran liegt das eigentlich. Und insbesondere als Anfänger erscheinen einem all diese Beispiele paradox, völlig unlogisch. Und man kann es sich einfach nicht erklären, man kann es einfach nicht nachvollziehen. Hatte die technische Analyse von heute Morgen nicht etwas ganz anderes ergeben? Warum verhält sich der Markt nun so und nicht so, wie ich es eigentlich möchte, wie ich es eigentlich so vorhergesagt habe? Um die Märkte zu verstehen, entsprechend zu handeln und somit erfolgreich zu sein, muss ein Trader zwei grundlegende Gebiete beherrschen. Das erste Gebiet ist die technische Analyse. Grundsätzlich kann niemand einen Kurs vorhersagen. Derjenige, der das könnte, wäre wahrscheinlich sehr schnell der reichste Mensch der Welt. Die technische Analyse versucht, Muster und wiederkehrende Ereignisse in der Vergangenheit zu erkennen und aufgrund dessen Vorhersagen für die Zukunft zu erstellen. Also die Kursentwicklung oder zumindest dessen Eintrittswahrscheinlichkeit vorherzusagen. Die technische Analyse gibt gewisse Spielregeln vor, die dann auch oftmals funktionieren, weil sich eben halt alle daran halten. Ihr müsst euch das so vorstellen, weltweit Millionen von Tradern, die Milliarden und Abermilliarden an Kapital bewegen, halten sich an diese Spielregeln der technischen Analyse. Und wenn sich weltweit alle einig sind, dass zum Beispiel im Dow Jones die 17.000er Marke eine Unterstützungslinie ist und die Marke von 17.000 noch was ein Widerstand ist, dann werden alle ihre entsprechenden Stop- und Limit-Orders so positionieren, dass diese Spielregeln auch zutreffen werden. Die technische Analyse hilft, Widerstände, Unterstützungen und Trends zu erkennen und sich dann entsprechend zu portionieren. Und das ist insbesondere für uns Daytrader ja sehr wichtig. Wenn wir wissen, beim Dow Jones gibt es bei 17.000 eine Unterstützungslinie, ja dann setzen wir unseren Stop-Loss eben halt auf 16.995 und sehen, er prallt wieder an der 17.000er Linie ab. Dann können wir schön long mitgehen und haben oben den Widerstand bei 17.000 noch was. Dann gehen wir dann da wieder raus und produzieren uns gegebenenfalls Short. Also es ist ja dieses Segeln auf den Kursen, Long, Short, Long, Short und da hilft uns einfach die technische Analyse, Widerstände zu erkennen, Unterstützung zu erkennen und auch den Trends zu folgen. Denn das ist es ja, was wir als Trader wollen, als Daytrader. Wir wollen kurzfristige Gewinne mitnehmen, hier ein paar Pips, da ein paar Pips und dann eben halt auch auf unseren Tageslohn zu kommen. Das zweite ganz, ganz große Themengebiet, was jeder Trader, jeder Daytrader beherrschen muss, ist, wirtschaftliche Ereignisse zu verstehen und vor allen Dingen dessen Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu erkennen. Auf der einen Seite haben wir das sehr technische, abstrakte mit der technischen Analyse und hier haben wir dann, zum Beispiel jetzt hier im Bild von New York, die reale Wirtschaft. Und aus meiner Erfahrung als Daytrader kann ich nur dafür sprechen, dass jeder Kurs sich irgendwann immer den realen Fakten stellen muss und auch wird. Kurzfristig kann ein Kurs durch die Spielregeln der technischen Analyse, was übrigens auch Schad-Analyse genannt wird, das ist einem dasselbe, beeinflusst werden. Kurzfristig kann ein Kurs gehypt werden, durch Herdenbewegung und vermeintliche Trends bestimmt werden, Stichwort Börsenpsychologie, den Trend folgen. Das ist dann völlig losgelöst von eigentlich wirtschaftlichen Ereignissen, von ökonomischen Daten, von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Doch spätestens, wenn die harten realen Fakten in Form von Konjunkturdaten, Inflationsraten, Zinsentscheidungen, weiteren geldpolitischen Maßnahmen, Quartalszahlen, Arbeitslosenzahlen und so weiter auf den Tisch kommen, muss und wird sich jeder Kurs fügen und die Realität unterordnen. All diese Indikatoren finden bei der technischen Analyse zum Beispiel absolut keine Anwendung. Und für Trader ist es unabdingbar, das globale Wirtschaftsgefüge ganzheitlich und hinreichend zu erfassen. Denn nur so versteht man die auf den ersten Blick paradox wirkenden Beispiele, die ich am Anfang aufgezählt habe. Es gibt zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit mehr Geld durch Trading an den Märkten zu verdienen, als bei der Bekanntgabe von wichtigen Wirtschaftsdaten, Konjunkturdaten, Zinsentscheidungen und so weiter. Wenn diese Meldungen verkündet werden, dann geht es meistens wirklich sehr heiß her an den Börsen. Sieht man hier auch am DAX, also hier ist eine Meldung rausgekommen und der Kurs schoss ja nur so durch die Decke. Unerfahrene Trader sollten dann lieber nicht im Markt investiert sein, denn es gibt auch zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit mehr Geld zu verlieren, ist also ein zweischneidiges Schwert. Doch derjenige, der sich schon Wochen und Tage vorher informiert hat und sich aufgrund seines Wissens und seines Verstehens für die wirtschaftlichen Zusammenhänge eine eigene Meinung gebildet hat, die Lage einschätzen kann, sollte sich vorher mit einem guten Stop, der ihn absichert, positionieren. Hier kann man dann sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Oftmals bewegt sich der Kurs gleich zur Veröffentlichung der Daten sehr heftig, das sieht man hier ja auch und rudert dann wieder etwas zurück. Das sehen wir hier auch, also rudert dann wieder etwas zurück. Ihr solltet dann euren Stop nachziehen, um eure Gewinne zu sichern, lasst den Trade dann aber auf jeden Fall weiterlaufen, also schön laufen lassen. Und genau diese oftmals sehr heftige Bewegung hier des Kurses, die dann im Laufe des Tages und in den kommenden Handelstagen nicht revidiert wird. Also der Kurs kehrt nicht wieder zu seinem Ursprungslevel hier unten zurück, sondern er schießt hier hoch und ihr setzt dann hier irgendwo den Stop und lasst den hier einfach mitlaufen und der Kurs bleibt im, also auf jeden Fall in seinem hohen Level, in seinem Long Level bleibt der Kurs. Er geht nicht wieder zurück und das wird auch die nächsten Tage dann oftmals so sein. Und diese Diskrepanz zwischen dem Kurs hier unten, diesem heftigen Ausschlag hier bei Bekanntgabe von wirtschaftlichen Daten, wirtschaftlichen Ereignissen, dieser Unterschied, der zeigt einfach, dass es eine große Lücke, nämlich diese Lücke hier gibt, zwischen dem Kurs, der aufgrund von der technischen Analyse entstanden ist, der aufgrund von Börsenpsychologie, von Hypes oder von Herdentrieb und so weiter entstanden ist, es gibt eine Lücke zwischen diesem Kurs und dem Kurs, der dann entsteht, wenn die wirklich die knallharten Fakten der Realwirtschaft auf den Tisch kommen, also Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten, Arbeitsmarktdaten, geldpolitische Maßnahmen der EZB, der FED und so weiter und so weiter, Arbeitslosenzahlen. Und wenn man sich damit auskennt, wenn man sich mit diesen wirtschaftlichen Ereignissen und den Auswirkungen auf die Finanzmärkte auskennt, dann kann man sich natürlich hier im Vorfelde positionieren und mit einem guten Stop absichern und dann kann man hier wirklich unglaublich viel Geld verdienen. Und das ist es, was ich eigentlich versuche, euch zu sagen, dass ihr die Wirtschaft ganzheitlich erfassen müsst, dass ihr wissen müsst, welche wirtschaftlichen Ereignisse haben welche Auswirkungen auf die Kurse. Das ist unglaublich wichtig und ihr könnt damit unglaublich viel Geld verdienen. Und wir haben hier noch weitere Beispiele, wo das einfach so der Fall war. Hier fällt der Kurs dann ab und es fällt auch auf, dass es immer so hier diese Uhrzeit hier ist, wenn wir uns das nochmal angucken. Also es gibt viele Termine, wo man an den Börsen sehr viel Geld verdienen kann. Hier auch wieder, also das sind einfach so feste Dinge, wo man sich natürlich im Vorfelde informieren muss und dann entsprechend schon vorher positionieren sollte. Und man sichert, also hier dümpelt das ja die ganze Zeit seitlich so rum. Ihr sichert euch dann hier mit einem Stop ab, falls es eine Meldung geben sollte, die nicht den Entwartungen des Marktes nach Long entspricht, sondern nach Short, dann würde euer Stop greifen. Aber wenn ihr dann auf dem Zug drauf seid und euer Wissen erhöht, ihr eure Chancen prozentual, dass ihr in den richtigen, sag ich mal, Zug einsteigt, dann könnt ihr hier wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Beispiele an, die ich einfach mal so rausgesucht habe, wo ihr sehen könnt, wie heftig die Reaktionen auf gewisse Ereignisse sind. Letzte Woche hatten wir erst hier diese Meldung am 4.9. Ölpreise geben nach. Und wenn wir uns den Artikel jetzt einfach mal angucken, dann sehen wir hier, dass im weiteren Tagesverlauf könnten geldpolitische Beschlüsse der Europäischen Zentralbank und zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse am Ölmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen vom US-Arbeitsmarkt, die derzeit stark beachtet werden. Außerdem wird die US-Regierung am Nachmittag neue Daten zu den US-Ölreserven veröffentlichen. Und das sind natürlich alles große Indikatoren oder große wichtige Bekanntgaben, die dann auch den Ölpreis beeinflussen können. Ölpreise geben spürbar nach. Dollar legt zu. Aus dem Handel hieß es, die Belastung am Ölmarkt sei vor allem von der Währungsseite gekommen. Unter Druck standen vor allem Euro und so weiter. Und hier auch neue Konjunkturdaten aus den USA sorgten ebenfalls für einen starken Dollar. Zwar lagen Zahlen vom Arbeitsmarkt etwas unter den Erwartungen, sie deuteten aber auf ein anhaltend, robustes Wirtschaftswachstum hin. Und das sind natürlich alles Daten, die zusammenfließen und dann den Ölpreis an den Börsen bestimmen. Und deswegen sind diese Daten, diese wirtschaftlichen Daten, diese wirtschaftlichen Ereignisse unglaublich wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Öl oder auch in Dollar investieren wollt. Das spielt alles zusammen, alles greift ineinander, alles hat irgendwie miteinander zu tun. Und wenn da dran gezogen wird, dann ändert es sich da. Und wenn hier gezogen wird, dann ändert es sich da. Es ist alles miteinander verbunden, alles miteinander verstrickt. Und da muss man sich einfach auskennen, um an den Finanzmärkten Erfolg zu haben. Euro fällt unter 1,30 Dollar. Das erneute Eingreifen der Europäischen Zentralbank in die Geldpolitik hat den Euro auf den tiefsten Stand seit Juli 2013 gedrückt. Und der Euro gab nach Bekanntgabe der Entscheidung um etwa 1,5 Cent nach. Hört sich für viele wahrscheinlich wenig an. Ich zeige aber nachher nochmal 1,5 Cent, wie viel das eigentlich ist und wie viel Geld da eigentlich bewegt wird. Also hier hat die EZB interveniert und das hat natürlich auch immer unglaubliche Auswirkungen. Auf den Euro, auf den Dollarkurs und damit auch tendenziell auf den Ölmarkt. Also es ist eine komplette Verstrickung. EZB senkt überraschend den Leitzins. Also alles vom 4.9. die Meldung jetzt hier. Das Wort überraschend, das sorgt natürlich für unglaubliche Reaktionen an den Finanzmärkten. Und so steht es hier auch, die Finanzmarktreaktionen waren heftig. Der Euro gab von über 1,3130 auf 1,3060 nach. Und das sehen wir auch, wenn wir uns den Chart hier mal angucken. Also hier durch die überraschende Zinssenkung, nochmalige Zinssenkung innerhalb kürzester Zeit der EZB, haben wir hier natürlich ein Nachgeben des Euro-Dollar-Kurses. Und ja, das sind einfach so Sachen, da man muss wissen, wann sind die Termine. Das könnt ihr natürlich im Wirtschaftskalender nachlesen. Und man muss wissen, was für Auswirkungen haben solche Entscheidungen auf die Märkte. Und dann kann man sich natürlich dementsprechend pulsionieren und viel, viel Geld verdienen. Ja, alles vom 4.9. hier, Draghi senkt den Leitzins. Also wer nicht weiß, wer Draghi ist, das ist der EZB-Präsident. Draghi senkt den Leitzins weiter, DAX macht Freudensprung. Ja, es steht da zwar, aber ihr müsst auch wissen, warum das so ist. Warum macht der DAX einen Freudensprung, wenn die EZB den Leitzins senkt? Sowas muss man wissen. Genau, hier haben wir nochmal, das ist die Entscheidung von Herrn Draghi gewesen oder von der EZB gewesen. Und hier sehen wir es nochmal im Chart. Dann ein anderes Beispiel. Das ist etwas weiter zurück, aber das zeigt auch, wie heftig teilweise Reaktionen der Märkte sein können. Im Juli 2011 hatten wir das große Problem in den USA mit der Schuldenkrise, mit der Blockade im Senat war es, glaube ich. Und man wusste nicht, wie es weitergeht. Gibt es noch eine Einigung, gibt es keine Einigung? Und dann hatten wir noch schlechte Nachrichten von der US-Konjunkturfront, sage ich mal so. Und wenn wir uns das hier mal angucken, Anfang August stand der DAX noch bei 7200 Punkten am 1. August, wenn wir es mal grob jetzt hier so sehen, bei 7200 Punkten. Und innerhalb von 10 Tagen standen wir bei 5630, innerhalb von 10 Tagen. Und das lag einzig und allein daran, an schlechten Konjunkturdaten, sowohl in den USA als auch in Europa, lag an der Schuldenkrise und lag auch an dieser Hinhaltetaktik von dem US-Schuldendesaster. Also solche realwirtschaftlichen Entscheidungen, Verkündungen und so weiter haben immer unglaubliche Auswirkungen auf die Kurse. Das ist der Herr Draghi hier und Herr Draghi ist einer der mächtigsten Männer der Welt. Wenn der spricht, dann hört die Welt wirklich zu, zumindest die Finanzwelt. Und die EU ist gemessen an ihrer Weltein- und Weltausfuhr die größte Handelsmacht der Welt mit über 500 Millionen Verbrauchern. Auf die EU entfallen nahezu 50% des gesamten Welthandels. Jeder Euro-Geldschein seit 2012 trägt die Unterschrift dieses Mannes. Dieser Mann kann mit einem einzigen Wort Billionen an den Weltbörsen bewegen, sowohl nach oben als auch nach unten, also vernichten. Oder er kann mit einem einzigen Wort die Welt in eine Weltwirtschaftskrise stürzen. Also das ist der EZB-Präsident und der ist wirklich unglaublich mächtig. Und wenn der spricht, wenn der Entscheidungen zu verkünden hat, hat das unglaubliche Auswirkungen, also meistens unglaubliche Auswirkungen an den Märkten. Vor allen Dingen, wenn er etwas verkündet, was vorher nicht erwartet worden ist. Zum Beispiel hatten wir das 2012. Also mit auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise bricht die Euro-Währung auseinander oder nicht. Und da hat dieser Mann einfach mal, wie sie hier schreiben, die Bazooka rausgeholt und hat gesagt, wir werden den Euro um jeden Preis verteidigen. Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Wir werden aus allen Rohren schießen. Und er sagte hier auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so finde, er sagte irgendwie was. Und glauben Sie mir, ja genau, und glauben Sie mir, das wird reichen. Also wir werden alles machen, um den Euro zu retten. Niemand soll sich sicher fühlen zu gewinnen, wenn er gegen den Euro wettet, gegen die europäische Gemeinschaftswährung spekuliert, auf ein Auseinanderbrechen spekuliert. Wir werden alles tun. Wir sind eine entschlossene Zentralbank und glauben Sie mir, das wird reichen. Und diese Aussage von Herrn Draghi, vom EZB-Präsident, sorgte dafür, dass es an den Märkten, ja, dass die Aktienmärkte, dass der Euro weltweit, ja, stieg. Wir sehen das hier, das ist der DAX. Das ist genau der Zeitraum, wo Herr Draghi das gesagt hat, von 6.315 auf 6.700, also über 400 Punkte gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Beim Euro-Kurs sehen wir das genauso, von 1.2089 auf 1.2317 gestiegen, also nicht ganz 3 Cent, aber wenn man, das gucken wir uns gleich nochmal an, wie viel das ist im Währungsbereich, sind 1, 2, vielleicht sogar 3 Cent unglaublich viel. Und, ja, Herr Draghi hat hier mit dieser Aussage die Weltbörsen in eine Euphorie versetzt und hat mit diesen Aussagen für unglaubliche Kurssprünge an den Börsen gesorgt. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass man sich mit sowas auskennt, dass man weiß, wovon redet der Mann, dass man die Lage einschätzen kann, dass man weiß, warum macht er das, warum handelt die EZB so, welche Auswirkungen hat es, weil der Dollar ist, so wie der Euro hier gestiegen ist, ist der Dollar natürlich gefallen, das ist ganz klar. Und wenn der Dollar fällt, hat das wieder Auswirkungen auf den Ölmarkt und so weiter und so weiter. Also das ist, da hängt so viel hinter und man muss dieses Hintergrundwissen haben. Damit ihr seht, wie viel Geld man verdienen kann, wenn man sich im Vorfeld positioniert, das mit einem guten Stop absichert und dann die Entscheidung abwartet, spielen wir das jetzt einfach hier mal durch. Wir reisen jetzt sozusagen ins Jahr 2011 zurück, vor der Bekanntgabe der EZB, dass sie den Euro um jeden Preis verteidigen wird, stand der DAX bei 6.351 Punkten und danach, nach diesem Kursfeuerwerk über 2-3 Tage hier, also das hier ist der Freitag, standen wir bei 6.793 und ich habe das hier einfach jetzt mal bei GKFX eingegeben. Wir tun jetzt so, als wenn wir uns vor der EZB Bekanntgabe positionieren wollen, wir gehen auf jeden Fall long und sagen, wir kaufen ein Kontrakt im DAX und wir setzen unser Stop Loss, also hier sehen wir das Level vom DAX, 6.351,0, genau wie wir das hier auch hatten und wir sagen, falls der Kurs sich gegen uns entwickelt, wir sichern 21 Punkte ab, setzen den Stop Loss bei 6.330 Punkten, das macht bei einem Kontrakt im DAX ein Stop Loss Level von 21 Euro circa. So, und das ist jetzt natürlich fiktiv, das hätte man nie erraten können, dass man hier einfach jetzt auf den Punkt genau den Take Profit setzt, aber dadurch sehen wir, wie viel Geld das bei einem Kontrakt ausmacht, hier Einstieg, hier Ausstieg, 442,50 Euro und der Stop Loss ist mit 21. Wenn wir jetzt den, das ist ja eine sehr kleine Menge hier, wenn wir das jetzt mal hochsetzen, dann sehen wir, das verändert sich in diesem Bereich, natürlich aber auch in diesem Bereich. So, und wenn wir jetzt gucken, wir wollen zum Beispiel 50 Euro für den Trade im Stop Loss Bereich bereitstellen, dann hätten wir hier schon 1.000 Euro bei 2,4 Kontrakten gemacht, wenn wir natürlich oben ausgestiegen wären. Das soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel sein, um euch zu zeigen, wie man mit einem guten Stop sich im Vorfeld positioniert, sagt, okay, wir gehen hier long, wenn es gegen uns läuft, haben wir einen Stop gesetzt und wenn es gut für uns läuft, dann haben wir hier halt die Möglichkeit, über diesen Weg sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und wenn wir jetzt hier früher ausgestiegen wären, geht natürlich dementsprechend das Geld hier runter. Ich stelle das jetzt gleich nochmal um, ich will euch jetzt gleich nochmal zeigen, wie die Reaktionen beim Euro-US-Dollar waren auf die Entscheidung der EZB. Für viele Anfänger, ich sage ja immer, fang mit dem Euro-US-Dollar an, fang mit dem Forex-Traden an, aber viele Anfänger, ich weiß es einfach aus dem Feedback in der Skype-Sprechstunde und auch aus den E-Mails, die ich von euch bekomme, viele fangen trotzdem mit dem DAX an. Viele von euch wollen den DAX handeln. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es der Punkt, dass der DAX eben halt in den Medien auch sehr präsent ist und das ist der Euro-US-Dollar zwar auch, aber für viele ist es einfach zu abstrakt. Die ganzen Nachkommastellen, viele kriegen einfach keinen Bezug zu dem Wert. Was bedeutet das jetzt, wenn der Kurs Euro-US-Dollar um einen Cent fällt? Das sehen wir gleich, das ist unglaublich viel Geld, was da bewegt wird, aber für viele ist das glaube ich zu abstrakt, weil da so viele Nachkommastellen sind, was aber eigentlich für euch von Vorteil ist, dass es so viele Nachkommastellen sind. Das hatte ich ja in einem anderen Video schon mal erklärt, heißt glaube ich, was sollten Anfänger traden und warum. Da habe ich das ganz genau erklärt, warum ihr mit dem Forex-Traden am besten anfangen sollt. Gut, ich bereite das jetzt hier ganz kurz mal vor bei GKFX mit dem Euro-US-Dollar und dann sind wir gleich wieder da. So, ich habe das jetzt hier mal eingegeben. Wir fangen mit der kleinstmöglichen Menge an, nämlich 0,10 Lot. Und ich habe hier jetzt genau die Daten von damals eingegeben. Der Euro steht bei 1,289. 1,289, hier fehlt die 0, das macht aber nichts. Und ist dann im oberen Bereich bei 1,23,170, 1,23,17,0 fehlt. Okay, das wäre jetzt wieder die perfekte Annahme. Hier, man hätte sich im Vorfeld positioniert, sichert das mit einem Stop ab, falls es Short geht und würde das dann mitnehmen. So, und das sieht wie folgt aus. Wir haben den Preis 1,298, wir haben Stop-Loss, habe ich jetzt die 90 Punkte hier hinten, habe ich jetzt in den Stop-Loss gesetzt. Ich habe gesagt, bei 1,2800 setzt du mir bitte den Stop-Loss. Das wäre bei der Menge 0,1 Lot, wären das 7,45 Euro. Wenn wir den ganzen Trade damals so mitgegangen wären, bis zum Höchststand hier, das sind auch übrigens nur wieder bis zum Freitag, also drei Tage hier. Vier, drei, vier Tage, wären das 185,11 bei 7,45 Stop-Loss. So, wenn wir das jetzt hier mal hochsetzen, wir gehen die Lots hoch, dann sieht man schon, wie viel diese kleine Differenz hier sind. Von 1,28,98 auf 1,23,1,70. Also, kleine Differenz in Zahlen, nominalen Zahlen, im Währungsbereich ist das unendlich viel, aber es sind eben halt nur 2, noch was Cent. Wenn wir 0,2 Lot handeln, haben wir hier schon 370 Gewinn bei 14,90 Stop-Loss. Also, unseren Verlust, wenn es gegen uns läuft. Also, ihr seht also, ich drehe jetzt einfach jetzt hier mal hoch, dass wir auch wieder hier so bei 50 Euro sind. Ihr seht also, auch hier wieder das Beispiel, wie viel Geld da an solchen Terminen, an solchen Kursbewegungen zu machen ist. Auch, wenn es im Forex-Bereich nur irgendwie 2, noch was Cent sind. Es ist die Welt, glaubt es mir. Hier haben wir 52 Euro im Stop-Loss-Bereich und 1,295 im Take-Profit-Bereich, wenn wir natürlich das bis hier oben mitgegangen wären. Wenn ihr vielleicht gar kein Take-Profit eingestellt habt, sondern nur ein Stop-Loss, was ich ja immer empfehlen würde, auf jeden Fall ein Stop-Loss. Und seid bei 1,23 oder sowas rausgegangen. Ihr seht es, dann geht es hier einfach weiter runter. Aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie viel Geld doch in diesen Bewegungen drin ist und wie viel Geld auch 1 oder 2 Cent ausmachen im Forex-Bereich. Und ihr sollt versuchen, die Scheu vom Forex-Bereich zu verlieren. Natürlich ist es sehr abstrakt, weil hier so viele Nachkommastellen stehen. Das ist im DAX viel einfacher, gebe ich zu, man hat einfach einen besseren Bezug für die Wertveränderung im DAX. Aber gerade für Anfänger ist der Forex-Bereich doch anfängerfreundlicher, hat auch die niedrigeren Gebühren. Es gibt nichts Niedrigeres vom Spread her als den Forex-Bereich. Bis zu diesem Punkt, wo ich eben gerade hier geschnitten habe und jetzt dieses neue Bild hier zu sehen ist, habe ich dieses Video am Sonntag, den 14.09.2014 gedreht. Die eben gezeigten Meldungen vom Ölpreis und von der überraschenden EZB-Leitzinssenkung waren ja vom 4.09.2014, da stand da ja auch oben in der Meldung drin. Und die eben gezeigten Chartbeispiele, die wir auch zur Berechnung genommen haben als Beispiel, die waren ja schon etwas länger her, hatte ich ja auch gesagt. Um euch noch ein weiteres, sehr aktuelles Beispiel zu geben oder zu zeigen, welche enormen Auswirkungen geldpolitische Maßnahmen haben können, habe ich extra bis heute, also bis zum 18.09.2014, auch extra bis Börsenschluss in den USA gewartet. Denn gestern Abend, also am 17.09.2014, das war ja der Mittwoch, wurde das Ergebnis der FED-Sitzung verkündet. Die Börsen in Deutschland hatten da ja zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen, also konnte diese Meldung in Deutschland, also erst heute, am 18.09. eigentlich sich in den Märkten widerspiegeln. Und das möchte ich euch ganz gerne gleich mal zeigen. Was wurde gestern entschieden? Die FED hat den Leitzins nicht verändert, so wie ich es eigentlich auch schon gesagt hatte. Also noch keine Zinswende, aber, und das ist ganz entscheidend, seitens der FED wurden die Erwartungen über die künftige US-Leitzinsentwicklung angehoben. Und diese Aussage belastete natürlich den Euro und im Vergleich wurde der Dollar aufgewertet. Das sieht man hier in diesem Schaubild ja auch sehr schön. Euro gibt nach Entscheid der US-Notenbank weiter nach. Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank FED ging es für den Euro auch am Donnerstag weiter abwärts. Meldung hier vom 18.09.2014. Ich gehe weiterhin davon aus, dass eine US-Zinswende erst in 2015 kommen wird. Ja, und natürlich hat diese Entscheidung der US-Notenbank auch unmittelbare Auswirkungen auf die Ölpreise. Wir sehen es hier in der Meldung auch vom 18.09. Ölpreise sinken nach FED-Entscheidung direkt heute Morgen. Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Grund ist ein überraschender Anstieg der US-Ölreserven. Das kam auch noch dazu. Und ein stärkerer US-Dollar nach jüngsten Beschlüssen der US-Notenbank. Also Ölpreise sinken. Aufgrund der, ja ich denke mal, die FED-Sitzung wird da den ganz eindeutig ausschlaggebenden Impuls für den Ölpreis gegeben haben. Und dass das mit dem überraschenden Anstieg der US-Ölreserven noch dazukommt, hat das sicherlich noch etwas verstärkt. Das wichtige Signalwort ist hier ja auch überraschend. Dann hatten wir heute auch noch eine Meldung von der Konjunkturfront aus den USA. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend stark. Auch hier wieder das Signalwort überraschend. Und das gucken wir uns gleich an, welche Auswirkungen das natürlich auch hier auf den Dow Jones hatte und natürlich auch auf den DAX hatte. Ja, das ist die Schlagzeile, mit der sich Finanzen.net aus dem heutigen Handelstag verabschiedet. DAX schließt mit kräftigem Gewinn, Dow Jones mit neuem Rekord. Und das ist direkt die Schlagzeile hier von heute Abend, vom 18.09.2014. Und das liegt natürlich eindeutig an der FED-Zinsentscheidung von gestern, vom 17.09., also dass die Leitzinsen nicht verändert worden sind. Das liegt natürlich auch an den überraschend gesunkenen Erstanträgen US-Arbeitslosenhilfe. Und wenn wir uns den DAX heute angucken, den Tagesschart im DAX, dann sehen wir, dass wir insgesamt 136 Punkte im DAX gemacht haben, was ja sehr, sehr viel ist. Und wir sehen auch, wenn wir das heute auf heute Morgen mal klicken hier, dass wir heute Morgen doch hier denn steil hochgestartet sind. Und dass sich im Tagesverlauf der Trend fortgesetzt hat und dass wir wirklich im Bereich 9695 bis 9800 knapp, wenn wir hier so gucken, im DAX zugelegt haben. Und das ist natürlich, ja, das kann man fast schon ein kleines Kursfeuerwerk nennen. 1,4% im DAX auf dem hohen Niveau ist eine ganze, ganze Menge, was da jetzt nach oben bewegt worden ist. Schadtechnisch sieht das natürlich auch jetzt wieder ganz anders aus mit den Richtungen nach oben. Und das liegt eindeutig an der FED-Zinsentscheidung. Und das ist natürlich auch ein schönes Beispiel, wieder noch ein weiteres Beispiel für die Wichtigkeit, sich in diesem Bereich auszukennen. Und man sieht, welche enormen Auswirkungen das hat. Und ja, Dow Jones sogar mit aufs Neue, aufs Neue, auf ein neues Rekordlevel gepusht. DAX mit kräftigen Gewinnen. Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wenn wir uns nochmal ganz kurz hier den, ja, den Punktegewinn im DAX von heute angucken. Hier sehen wir auch nochmal das Datum. Den Punktegewinn im DAX von heute angucken mit, sag ich jetzt mal, rund 130 Punkten. Und der informierte Trader ist heute Morgen auf jeden Fall long gegangen, also hat auf steigende Kurse gesetzt. Das ging gar nicht mehr anders. Mit den Vorgaben, die wir von gestern Abend aus den USA bekommen haben, war das eigentlich gar nicht anders möglich, als heute Morgen long zu gehen. Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben von unseren Berechnungen bei GKFX heute, sagen wir mal rund 130 Punkte. Und wir haben zum Beispiel 5 Kontrakte, also Menge 5 im DAX gekauft, sind long gegangen. Dann hätten wir dann heute einen Gewinn von 650 Euro gemacht. Und gestern bot sich das natürlich sehr schön an, zur Zinsentscheidung beim Euro Short zu gehen. Auch hier konnten ganz, ganz gute Gewinne mitgenommen werden. Weil die Leitzinsen wurden zwar nicht verändert, also es wurde an der Zinsschraube zwar nicht gedreht aktuell, aber der Ausblick auf dann doch jetzt irgendwann steigende Zinsen im US-Bereich, setzt natürlich den Euro ganz klar unter Druck. Wer jetzt richtig Lust auf State Trading bekommen hat, oder vielleicht schon bei einem Broker ist, mit dem er nicht so zufrieden ist und gerne wechseln möchte, ihr findet alle Informationen über GKFX und natürlich auch über die anderen U-Trading Partner Broker hier auf meinem YouTube-Kanal auf der Startseite, wenn ihr hier runter scrollt unter der Rubrik U-Trading Partner Broker. Hier stelle ich euch GKFX sehr ausführlich vor und erkläre ganz konkret an diversen Beispielen, warum ich euch gerade GKFX empfehle. Auch zeige ich euch die ersten Schritte und wichtigsten Einstellungen bei GKFX, findet ihr jeweils in diesen beiden Videos. Hier erfahrt ihr auch, wie ihr euch über meinen Link anmelden könnt, um auch ganz sicher den U-Trading Live Support zu bekommen. Und hier habe ich auch noch weitere U-Trading Partner Broker, unter anderem hier Zulutrade. Zulutrade ist ja eine Plattform, wo ihr professionellen Daytradern automatisch folgen könnt, eins zu eins folgen könnt. Und das hat einfach den Vorteil, dass ihr euch mit so Dingen wie wirtschaftliche Ereignisse und dessen Auswirkungen oder der Chartanalyse einfach gar nicht beschäftigen braucht. Ihr folgt eurem professionellen Daytrader mit eurem Konto, mit eurem Depot eins zu eins und partiziert dann auch an dem Wissen und an dem Erfolg des Daytraders. Also wer da Interesse hat, wer da sich gerne informieren möchte, hier über die U-Trading Partner Broker. Bei U-Trading hat ja jeder die Möglichkeit, sich mit seinen Fragen per YouTube-Nachricht oder aber auch per E-Mail an mich zu wenden. Jede Frage wird hier von mir gelesen und auch kostenlos beantwortet. Doch wer sich über meinen Link ein Live-Konto bei einem meiner Partner Broker hier ein Konto eröffnet, der erhält zusätzlich noch obendrauf auf den sowieso kostenlosen Standardsupport von U-Trading dauerhaft und kostenlos den U-Trading Live-Support. Dieser Live-Support beinhaltet meine private E-Mail-Adresse und meine privaten Skype-Daten für die Skype-Sprechstunde, die gemeinsamen Live-Tradings für die Gespräche und so weiter. Wie das alles genau abläuft mit der Anmeldung über meinen Link und wie das mit der Skype-Sprechstunde abläuft und so weiter, das erfahrt ihr hier alles in den Videos zu den U-Trading Partner Brokern und hier oben unter dieser Rubrik U-Trading Support, dort erkläre ich auch nochmal ganz genau, welche Support-Möglichkeiten euch U-Trading bietet. Alle kostenlos, Live-Support, Standardsupport, also wer da sich informieren möchte, hier erfahrt ihr alles, was ihr rund um dieses Thema U-Trading, Partner Broker und Support, Skype-Sprechstunde und so weiter wissen müsst. Das Themenfeld der wirtschaftlichen Zusammenhänge und dessen Auswirkungen auf die Finanzwelt ist sehr groß, umfangreich und komplex. Einige Sachgebiete werde ich in zukünftigen Videos ausführlich erklären, einige größere und noch komplexere Themen werde ich auch bei den U-Trading Seminaren erklären. Das wird bei den U-Trading Seminaren ein großer und umfangreicher Schwerpunkt sein. Ich weiß natürlich, dass diese Thematik insbesondere für Anfänger abschreckend ist, es ist aber wirklich extrem wichtig und unabdingbar, dass ihr da Bescheid wisst, dass ihr euch dort auskennt, dass ihr die Zusammenhänge versteht, um wirklich dauerhaft an der Börse erfolgreich zu sein. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde euch hier nicht im Stich lassen, ich werde euch dieses Thema wirklich Stück für Stück in meiner gewohnt einfachen und verständlichen Art und Weise erklären. Also schaut öfter mal hier bei U-Trading vorbei, guckt, ob es neue Videos in dieser Richtung gibt. Einige Videos werde ich auch hier in der Rubrik Daytrader, der Traum vom schnellen Geld, alle Folgen mit reinstellen, wenn es passt. Guckt gerne mal hier in meinem Kanal wieder vorbei. Es wird jetzt wirklich Stück für Stück zu dieser riesigen Thematik immer weitere Videos und Inhalte geben. Alle Infos, Termine und Themen zu den auf Anfänger und Normalverdiener zugeschnittenen U-Trading-Seminaren findet ihr hier auch auf meinem Kanal unter der Rubrik U-Trading-Seminare. Na, wo ist es? Hier unten, das war eben Support. Also findet ihr auch hier in der Rubrik U-Trading-Seminare hier alle Informationen, was ist los im Seminarbereich bei U-Trading, was sind die nächsten Termine, was sind die nächsten Themen. Und ich würde mich sehr freuen, dich euch demnächst in einem meiner U-Trading-Seminare begrüßen zu dürfen. Ja, es ist auch wirklich vollkommen egal, was ihr tradet, ob nun Forex, also Währungen, ob ihr den DAX tradet, den Dow Jones, CFDs, Rohstoffe wie Öl, Gold und so weiter, Aktienoptionen, binäre Optionen und so weiter. Überall kann man mit dem Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge seine Chancen massiv verbessern und wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Das fängt schon bei ganz einfachen Basisgrundlagen an, die viele Trader aber nicht wissen und auch nicht verstehen. Doch auch wenn ich mich hier wirklich wiederhole, dieses Wissen ist elementar notwendig, unabdingbar, um als Daytrader dauerhaft erfolgreich zu sein. Auch wenn ihr zum Beispiel die binären Optionen gerne traden möchtet, was ja momentan ein großer Trend ist, könnt ihr mit dem Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge und dessen Auswirkungen auch bei den binären Optionen euch einen Vorteil verschaffen und auch dort jede Menge Geld verdienen. Hier mal ein paar Basisgrundlagen, eigentlich einfach, aber viele verstehen die Zusammenhänge einfach nicht. Fangen wir einfach mal hier in diesem Schaubild an. Kurzer Hinweis noch, alle Beispiele sind sehr vereinfacht dargestellt und natürlich spielen immer noch weitere Faktoren eine entscheidende Rolle. Teilweise heben sich Wirkungen, wenn mehrere dieser Beispiele am Markt eintreten, heben die sich auf, verstärken sich Wirkungen oder lenken sich in andere Richtungen. Also es ist jetzt grob mal eine kurze Übersicht, was eigentlich so mit solchen Sachen gemeint ist, wovon ich hier die ganze Zeit rede. Das ist aber wirklich nur Basiswissen, es ist mal ganz, ganz klein angefangen. Fangen wir hier mit dem ersten Strich einfach mal. Wenn die FED den Leitzins erhöht, steigt oder fällt der Euro-US-Dollar-Kurs? Und warum kann das Auswirkungen auf den Ölpreis haben? Die konjunkturelle Lage hat sich weiter deutlich verbessert. Eine EZB-Sitzung steht an. Wird die EZB die Zinsen eher senken, so belassen oder erhöhen? Was für Möglichkeiten hat die EZB bei der Gefahr einer Deflation? Was kann sie machen, wenn die Inflation, also das weiteres Thema, was kann sie machen, wenn die Inflation deutlich über den angepeilten Wert liegt? Warum können über einen längeren Zeitraum sehr niedrige Zinsen zu einem Problem auf dem Immobilienmarkt werden? Was können einem stark gestiegene US-Öllagerbestände mitteilen und wie würde der Ölpreis und der Dow Jones auf diese Meldung wahrscheinlich reagieren? Welchen Zweck verfolgt die EZB mit dem Kauf von Staatsanleihen? Erzeugt man damit langfristig eher Inflation oder Deflation? Warum ist das BIP kein verlässlicher Indikator für den Zustand einer Volkswirtschaft? Was passiert an den Aktienmärkten, wenn die EZB die Leitzinsen senkt? Was passiert, wenn sie die Leitzinsen erhöht? Ist eine Deflation gefährlich? Sinkende Preise können die Verbraucher doch auch zum Kaufen bewegen und somit Wachstum erzeugen. Warum will und muss die EZB die Inflation unbedingt verhindern und wie macht sie das? Welche Auswirkungen hat die Einführung eines Mindestlohns auf die Inflationsrate? Erzeugt ein schwacher Euro-US-Dollar eher Inflation oder Deflation? Der EZB-Leitzins liegt derzeit mit 0,05% nur noch auf dem Papier über der 0%-Marke. Geld gibt es also faktisch umsonst. Welche Möglichkeiten hat die EZB noch, um zu agieren, wenn die Eurozone in eine Rezession rutscht? Wie verhält sich der Goldpreis, wenn die FED den Leitzins senkt? Was signalisiert einem eine hohe Arbeitslosenquote, gepaart mit niedriger Inflationsrate? Die Daten aus dem US-Beigebock sind durchweg sehr positiv. Steigt oder fällt der Ölpreis nach dieser Veröffentlichung? Der Dollar ist gegenüber dem Euro heute stark gestiegen. Was passiert morgen höchstwahrscheinlich mit dem Ölpreis? Welche Auswirkungen kann ein über längere Zeit hoher Ölpreis auf den DAX und den Dow Jones haben? Ja, ihr seht also, es sind viele, viele einfache Fragen, die viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben und auch nicht verstehen. Und es bringt auch nicht dieses, 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 dieses hier auswendig zu lernen, also die Antwort auswendig zu lernen, weil man muss verstehen, warum ist das so. Weil nur wenn man es versteht, kann man bei kleinen Änderungen oder bei Dopp, bei Meldung hier, Meldung da, ich habe jetzt einfach mal so reingeklickt, sage ich mal so, kann man, wenn mehrere Sachen passieren, kann man auch einschätzen, welche Meldung ist nun wichtiger, in welche Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Also, man muss dieses einfach nicht auswendig lernen, sondern man muss es verstehen, man muss die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen. Und Ziel ist die ganzheitliche Betrachtung und das Verständnis für die Zusammenhänge und Auswirkungen im globalen Wirtschaftsgefüge. Das ist wirklich das Einmaleins eines jeden Daytraders zusammen, also gepaart mit der technischen Analyse. Okay, das war es soweit erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, wer Interesse hat, selber zu traden, schaut euch auf meinem Kanal die Videos zu den New Trading Partner Brokern an. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr einen Konto über meinen Link geöffnet. Als Dankeschön erhaltet ihr den dauerhaften und kostenlosen New Trading Live Support inklusive Skype Sprechstunde, in der wir Fragen besprechen können inklusive gemeinsamen Live Tradings, E-Mail Support und so weiter. Facebook Account habe ich auch, wer möchte, kann mir da gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Und wir werden das in der Zukunft jetzt Stück für Stück aufarbeiten mit Videos, mit Seminaren. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zu dieser Stelle erstmal. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir für dieses Video einen Daumen hoch gebt. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer New Trading. Danke fürs Zuschauen. ... ...